Wir werden uns fürchterlich erschrecken ständig. Äh, das ist eine F... Hallo und herzlich willkommen zu Desolate in der Pummelrunde. Wir spielen zusammen mit dem Uncut Freak. Aber das werdet ihr gleich erst sehen. Wir haben nämlich schon ein paar Folgen aufgenommen. Ähm, allerdings fehlte noch der Prolog, wie ihr wahrscheinlich gleich nochmal erfahrt, weil ich sage, das glaube ich gleich nochmal. Ähm, das Spiel war ein bisschen leise übrigens. Ich werde gucken, dass ich das dann nach den ersten paar Folgen mal lauter mache. Ich habe es jetzt schon ein bisschen lauter, aber wenn ich alleine bin, kann ich das ein bisschen besser nachregulieren. Das ging da halt nicht. Ähm, ja. Jedenfalls spielen wir jetzt aber nochmal den Prolog. Der ist hier. Den haben wir nämlich noch nicht. Ähm, also den haben wir quasi die Folgen, die jetzt kommen. Die sind schon entstanden und jetzt spiele ich aber erst den Prolog. Wir kennen den Prolog natürlich schon. Ich habe den ja schon gespielt. Falls er sich nicht geändert hat, das weiß ich nicht. Aber, äh, ja. Wir spielen den jetzt nochmal damit einfach, äh, ne? Gehört halt mit dazu. Also machen wir das natürlich. Prolog. Alles klar, werden wir natürlich sein. Wir sind immer vorsichtig. Das kommt mir schon bekannt vor. Äh, was? Ja, ich weiß. Hast du... Musst du Kaka oder warum hockst du dich jetzt hin? Ähm. Ich liebe das Licht. Ja, wir müssen hier raus. Habe ich schon verstanden. Ich gucke natürlich erst mal, ob ich hier nicht eine Waffe finde. Müssen wir da raus? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ich freue mich natürlich, dass ich diesen Prolog jetzt alleine spielen darf. Weil der war ja zum Glück auch nicht irgendwie gruselig oder so. Ich mag das Spiel. Ich mag das wirklich gerne. Oh Gott. Ich will jetzt schon nicht mehr... Okay, wir gehen jetzt einmal hier rein. Wir werden uns fürchterlich erschrecken ständig. Äh, das ist eine... Ah! Gut, dass ich das schon gesagt habe, dass wir uns viel erschrecken werden. Denn jetzt passiert es nämlich... Huch. Äh. Ne, das wird nicht funktionieren. Ich stelle mich einfach hier rein und komme nie wieder raus. Nein. Puh, okay. Hallo. Wow. Das ist aber... Das ist, äh... Ja, sieht sehr vertrauenselig aus. Vertrauenselig sieht es hier aus. Können wir da runterspringen? Ich sollte das nicht versuchen. Es wird jetzt nichts versucht. Gut, wir spielen einfach den Prolog und dann ist gut. Hallo? Okay, keiner da. Hallo? Ich bin nur... Ich, äh... Will gar nicht hier sein. Oh. Dem scheint es nicht so gut zu gehen. Vielleicht... Vielleicht sollten wir uns einfach hinhocken. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ach, Mann, ey. Ja, gut. Wir machen gerne die Lampe an, dann. Werden wir wenigstens gesehen. Hast du was dabei? Nein? Na gut. War nicht bis zu dem. Hallo? Können wir was looten? Auch nicht. Hallo? Was ist das? Ratten? Wir können dem leider nichts ausziehen. Da geht es weiter gar nicht da. Okay. Ich muss natürlich mal gucken. Da ist nichts. So. Können wir uns jetzt wieder mal erschrecken? Das ist schon ein bisschen lange her, das letzte Mal. Das war ein Witzspiel. Das war nur ein Witz. Warte wieder aus. Hallo? Schön. Sperren. Sperren sind es immer gut. Oh Gott. Wieso sieht das so nach Wasser aus hier? Ich will dich. Oh Gott. Die Verschüttungen überwinden. Ja, okay. Wir machen jetzt die Lampe an. Okay. Ich will ihn nicht anlassen. Ist auch jemand. So, jetzt sollten wir erst kriechen. Wir sollten vorher noch gar nicht kriechen. Atmet hier jemand? Hallo? Nein. Ist gut. Ich gehe hier lang. Atme ich? Wer atmet denn hier? Okay. Okay. Wir lassen die Lampe einfach an. Hallo? Ist hier jemand? Kannst du wieder aufstehen? Bitte? Aufstehen? Aufstehen? Ach. Okay. Ich mache mal hier aus. Komm jetzt wieder an. Hä? Habe ich die gerade ausgemacht? Wieso müssen wir sprinten? Ah! Oh Gott. Ja, wir sprinten. Guck, wie wir sprinten. Toll, ne? Warum müssen wir sprinten? Weiß überhaupt nichts. Was ist etwas selbstsames? Ich sehe es. Aber was ist es, Donna? Ich habe nie etwas wie es gesehen. Sieht so aus. Sieht so aus? Alles klar, ich mache mal wieder Licht an. Und lasse mir hier. Kann ich hier so hinter? Nö. Ja. Da kann ich nicht lang. Kann wir jetzt mal eine Waffe finden? Guck mal. Warte. Ja, okay. Aber hier kann ich lang. Beth? Was steht hier? Keine Ahnung. Können wir es nicht ausmachen? Nö, anscheinend nicht. Ich will diese Lampe nicht anlassen. Ich fühle mich etwas angespannt. Hey, was haben wir denn da? Okay. Wir wollen uns also defenden, ja? Hier kommen wir nicht durch. Was ist denn dieses Püpp-Püpp immer? Hallo? Wieso bist du einfach da, du Rolle? Okay, hier kann man aber nichts machen. Okay. Hallo? Alles klar. Kommen wir jetzt direkt welche? Boah, was bin ich froh, wenn hier das vorbei ist, ne? Okay, ich sehe sonst nichts. Und ihr vor allem seht nichts. Hallo, Ratte? Nimm dir Wodka mal mit. Was? Was denn? Kannst du mal bitte nicht immer so Geräusche machen? Hallo? Oh Gott. Okay, wir gehen einfach. Es wird schon alles gut werden. Okay. Okay. Wieso bin ich einfach so krank? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Husten. Wir haben also Husten. Alles klar. Leben die noch? Wahrscheinlich nicht. Ist hier noch wer? Ihr seid alle tot, ja? Ich nehme das hier alles mal mit, das, äh... Schokolade! Gib mir die. Hier, trinken nehme ich auch mal. Wir müssen vielleicht gleich... Du bist auch tot. Okay. Ist gerade die Ratte gegen dich gelaufen, oder was war das? Jetzt... Ach, komm schon. Wir brauchen das alles. Kannst du das nicht einfach liegen lassen? Gleich steht dann ja auch eine auf. Äh... Ach, weißt du, behalt die Dose. Die, äh... Hallo? Okay. Und der Rohrpost, ach so. Deswegen sehe ich die hier nicht. Ach, da ist gar nichts drin. Hier auch nicht. Okay. Hallo? Wo ist die Rohrpost? Hier? Wieso laufe ich denn so seltsam? Weil ich krank bin, oder was? Äh... Ah, guck mal. Hier können wir Eis gebrauchen. Alles. Gut. Nur das, was da ist, natürlich. Aber sonst können wir Eis gebrauchen. Ja, okay. Wasser. Wasser ist gut. Wasser ist immer gut. Da ist nur ein Schrank. Guck mal so. Ich zeige euch nur schon mal, wie das mit dem Durchsuchen geht. Und wisst ihr, warum ich das mache? damit ich nicht weiterlaufen muss. Was ist mit der Maus los? Okay. Was? Wieso? Ach, mit dir einer? Wie komme ich da runter? Ach, hier lang. Atme ich die ganze Zeit? Ich frage mich erst wirklich. Okay, ähm, hier. Ich musste noch ein letztes Mal husten. Tut mir leid. Okay. Soll ich jetzt auch schon essen, oder nicht? Ich weiß nicht. Wo muss ich denn hin? Ich, äh, geh mal hier. Muss ich hier rein? Ach so, ist derselbe. Haha. Da geht's ja nicht weiter. Muss ich wohl hier rein, ne? Hallo? Warte, hier geht's runter. Dann da rein. Was ist denn das für Roboter? Letztes Mal habe ich das übrigens nicht geschafft, ohne dass ich, äh, gesehen wurde. Da muss ich hin. Die sehen mich doch, wenn ich da im Licht rumlaufe, oder? Versuch's mal hier. Hier so? Ich seh die gar nicht. Wo sind die denn jetzt? Okay, da hinten sind sie. Wo muss ich hin? Muss ich da hoch? Ich komme hier ja nicht hoch, ne? Okay. Und hier sehen die mich gerade nicht. Das heißt, wenn die wieder in die andere Richtung gehen, dann gehe ich auch, oder? Ach, verdammt. Stirb doch, bitte! Danke. Er ist gestorben. So. Das, äh, gut. Modifizieren sie ihre Waffen? Okay. Dann, äh, machen wir das mal, oder? Wenn wir das können. Ich esse jetzt was. Ich weiß nicht, ob ich das soll, aber ich esse jetzt was. Schokolade, Dose, alles esse ich hier. Und trinken, äh, hier. Zack. Siehste? Wir können auch noch... Besser jetzt kein Wodka. Wenn wir uns jetzt verteidigen müssen, ist das vielleicht nicht so gut. Mh, 150 oder... Oh, okay. Das macht tatsächlich mehr. Gut. Modifizieren. Können wir doch gar nicht. Hä? Was erzählst du denn für ein Quatsch? So. Können wir den anderen am Leben lassen? Der kommt jetzt wieder hier hin, ne? Warte, wir gehen mal andersrum. Das müsste doch gehen, oder? Warte, pssst. Der sieht uns nicht. Okay. Es waren ja nur zwei, ne? Hä? Wo müssen wir denn jetzt hin? Nein. Ich bin nicht da. Guck mal. Ich bin gar nicht da. Wo ist er denn jetzt? Steht da hinten. Wo muss ich hoch? Okay. Der läuft jetzt wieder in die andere Richtung, oder? Es wäre ja schön, wenn wir es schaffen würden, uns hier vorbeizuschleichen. Geht er da hin? Da muss ich rein. Alles klar. So. Nein, hier ist falsch. Alles cool. Geschafft. Hey, wir haben uns vor allem... Nr. 74 sollen wir töten? Spinnst du? 47, was? Wieso steht das... Was? Ich habe von... Ja, das haben wir doch schon. Wieso steht das denn nochmal? Hey, 47. Hey, du. Wo ist er? Aha. Einen Moment. Was kann der denn? 165. Ja gut, dann lassen wir das so, ne? Guck mal, wir haben sogar die Bauteile, die wir am Ende der Folge haben. Das ist ja lustig. Kann man uns wenigstens anschleichen und ihn dann killen? Du sollst wieder ausstehen! Da vor... Da vor... Guck mal. Guck mal, darf ich da voraschen? Ja, bitte sag mir das. Der bewegt sich noch. Da wird es ja. Da wird es ja. Da wird es ja. Du musst es anfangen, um die Tür zu öffnen. Ich erinnere mich nicht. Was ist da? Behind the door? Behind the door? Freedom. Freedom, Victor. Freiheit. Okay. Hallo? Hallo? Wir brauchen ja nur eine. Hallo? Freiheit, Victor. Wieso Victor? Hä? Okay. Also, ich muss sagen, ich verstehe jetzt nicht mehr. Ich weiß, also es ist anscheinend immer noch das selbe Intro. Also, dasselbe Prolog, aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt mehr verstehe als vorher. Also, los geht's! Alles klar, dann würde ich sagen, das war der Prolog. Wir sehen uns dann gleich in den Folgen. Ihr redet direkt ein, da bin ich hier. Ah! Alles klar. Hier hat direkt einer mit mir geredet. Das ist ein bisschen doof jetzt, weil meine Aufnahme läuft dann jetzt. Ja, meiner auch. Ich bin hier in Kranichi. Ja, meine Luft auch. Sehr schön. Ich bin, wo seid ihr denn? Ich bin in einem Raum mit einem Klavier. Ich bin auch in einem Raum mit einem Klavier. Kann ich das Klavier benutzen? Benutzen auch in dem Raum mit einem Klavier. Ich sehe, ich bin nicht. Okay. Ja, wir benutzen mal das Klavier. Das habe ich vorhin schon mal gemacht. Das macht Spaß. Ach du Sch... Alles klar. Das Klavier möchte nicht benutzt werden. Okay. Okay. Das Klavier möchte nicht benutzt werden. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen in der Pomerundum beim Uncard Freak und zu Desolate. Ja! Achso, ich schreib mich mal dazu. Hallo! Ich hab schon mal die Kamera falsch. Ich bin doof. Keine Ahnung, dass hier so schnell losgeht jetzt hier. So. Wir hätten es ahnen können. Wir haben es ja schon mal gespielt. Also, denke ich schon. Ich weiß, wie lange das... Weißt du, wie lange das hier her ist? Oh, ich hab einen Stock. Ich hab einen Stock und eine Stahlkiste. Eins möchte ich noch gerne sagen. Ich habe einen Schlüssel. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, dass nur der Uncard im Moment den Prolog gespielt haben. Und wir zwei noch nicht. Und wir holen ihn noch nach. Also, das, was ihr gerade dann gesehen habt, das passiert dann erst nach der Aufnahme. Wenn das so irgendwie Sinn ergibt. Und das Schöne ist, das Schöne ja an Desolate ist, wir haben das ja schon mal gespielt in der Early Access Phase. Und wir haben zumindest laut ganz vielen Infos und sind das Spinnweben. Keine Ahnung, muss ja was ändern. Hoffe ich, dass ich das kann. Ich kann es nicht ändern. Ich mach mal eine Schlüsselkarte. Oh. Kann man das nicht ändern, dass der so komisch sich bewegt? Okay, ich bin, glaube ich, draußen. Ja, ich hab auch so mal. Ist das hell? Ich find's eigentlich echt witzig. Ihr seid bei mir 300, ist hier schon entfernte Meter und 3,5 Kilometer ist, äh... Wo seid ihr jetzt auf einmal so weit weg? Ich hab keine Ahnung. Vorhin wart ihr nur 30 Meter weg. Ja, bei mir... Ich bin immer noch nicht raus, äh, wunds. Ach so, dann bist du auch so weit weg wahrscheinlich. Versuch mal den Nisho zu erreichen, der ist 200 Meter entfernt. Okay, ja, der quatscht hier bei mir noch so viel. Ja, bei mir auch. Ich hab hier... Ich hab hier... Ich hab hier... Ich hab hier... ich habe jetzt verstanden dass das quasi mein charakter derjenige ist der so viel quatsch ja ja der meine güte ist dass das ist ein sprachgenie hier läuft einer rum am moment ich kann nicht in die schlüsselkarte benutzt da muss ich ihn nicht mehr selber benutzen ach so einfach raus okay verstehe ach ach du warst noch gar nicht draußen nein der redet und redet und redet ich habe ich weiß nicht was ich mache ich den wir müssen den leuchtturm hier sammle die gegenstände für also wir sind hier auf granitsch nie einer insel die von irgendwelchen alles also es gab hier in dieser alternativen realität gab es eine sekte oder eine gruppierung in russland die heißt neues licht oder so und die haben also da hat auf jeden fall die hatten so einen super tollen technischen verrückten wissenschaftler und der hat diese insel hier geschaffen und das ist eine künstliche insel und genau und darauf hat er ganz viele monster besondere waffen und so weiter drauf gesetzt und ja wir sind jetzt die freiwilligen wir sind alle freiwillig hier das ist diese das ist diese komplette sozialistische russische freiwilligkeit und also also man hat im hintergrund so ein mg geschütz und dann kriegt man gesagt okay also ihr seid jetzt freiwillig ihr rennt jetzt da auf diese insel zu oder wir erschießen euch wieso seid ihr beiden freiwilligen immer noch so weit weg wir laufen jetzt auf dich zu ich habe mich eben schon vor an cut freak erschrocken okay das ist eine hülle da werde ich nicht reingehen ich vermute mal ihr seid nicht in einer hülle nein aber oben auf also du bist jetzt noch 870 meter von uns entfernt und hier sind irgendwelche komischen ich kann mich an das überhaupt nicht erinnern was sind denn das pilze die leuchten du kannst sachen sammeln und so hast du lachen gehört es geht schon los rechte maustaste hallo ist hier einer du hast eine schusswaffe woher hast du die denn ich weiß nicht hatte die vom letzten mal wo ich zwei sekunden gespielt hatte okay ich habe einen dork hier gefunden bin noch level 3 okay okay da ist ein böses vieh jetzt hier was bin ich denn ich bin level aber ich habe komplett neu angefangen okay wir kommen dir entgegen ja natürlich hast du neu angefangen hier habe ich meine mofa geländet böses gelände böse deine mofa meine mofa gelandet hier das ist das flugzeug seid ihr auf bergen drauf oder unten wir können die bar hast du bahnschienen bei ja 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 bahnschienen sind gut okay dann laufen wir an den bahnschienen hier auf den bahnschienen sind jetzt züge drauf das haben die alles neu hinzugemacht hier ist ein böser ist hier jetzt höre ich hier irgendwas okay es kommt hinzu okay also granitschnee ist die hölle auf erden hier passieren dinge ja und er hat vorhin gesagt wir glauben das vielleicht nicht aber es ist so okay hier ist schon mal einer nein ich bin nicht da geh weg moment schlechte ein problem wir kriegen das hin wir kriegen das hin du stirbst jetzt einfach und dann ist gut okay machen wir so das habe ich gesagt warum schleichen voll auf an weil da wirst mit steinen nach mir hallo ja 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 cool das tut eine noch erschießen anschluss habe ich noch recht sondern aber so der hat aber eine pistole glaube ich ich schleiche mich an ihn mit der pistole von hinten ran habt ihr mehr als stöcke weil ich habe nur ein stock oder sind zwei das sind zwei meine austaus gesunken warum du machst das schon ich habe kein leben mehr ich habe forschung das sehr schön ich bin tot was ich habe nicht auf meine gesundheit geachtet ich hatte nichts mehr was wer wo gut nein gewick gehst du jetzt sterben wir aber hier doch alle nicht weg wie die fliegen ich kann doch nichts dafür wenn ich angegriffen werde irgendwer wollte ja dass wir auf normal spielen schon moment die fahrt nicht retten moment hat noch 29 sekunden halt gut du standst einfach nur darum hier nimmt dem nimm dem sein zeug soll nun immer wir kommen nicht ihr seid ziemlich weit weg und hier ist ich bin tot ich werde gerade aufgefressen glaube ich ja 57 sekunden der steht nur hier er frisst mich doch nicht oder der hat mich geschoben oben oben in der ecke siehst du 407 meter bohr und ich habe keine toll ich habe keine ausdauer mehr ja ihr habt ja noch 7 36 sekunden und hier steht so ein vieh neben mir aussieht wie so ein blinke fisch linke fisch nur als hund verkleidet ja auch nicht zu essen wir eigentlich so weit aufeinander der ist nein 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 lass mich auf 15 sekunden wer ist das denn auch leute kennen zu lernen und rette mich ja nein nein okay der leute kennen anstatt hier nee da war einer von neues licht und er hat mit hunden gekämpft wo ist unsere basis wenn ich jetzt das vorne ich weiß es nicht was ich bin wieder beim klavier okay gut also wenn man richtig stirbt dann kommt man beim klavier raus ankert nicht nur weil wir noch nichts entdeckt ich habe ein verrückter angegriffen der ankert stirbt übrigens in 40 sekunden rette die mal die erste folge willkommen auf der insel lasst uns das auch normal spielen ja wir sollten einfach nur nicht so weit auseinander gelaufen wir sind überhaupt nicht auseinander gelaufen das spiel hat uns auseinander gelaufen der verrückte kratzt an mir ja nicht mehr viel leben der eine hat mich hier das gehe weg wo ist es ich renne jetzt einfach irgendwie hier drei zwei zwei stehen sehr gut drei sekunden okay wo ist ja eine leiche das war doch irgendwo hier wo bist du denn du bist du bist wieder da gespawnt okay mit zigaretten drehen sonst kann ich nichts ich würde sagen wir kommen erst mal zu dir du bist jetzt noch 327 meter entfernt was ich noch spaß an ihr seid auf den man kann übrigens vor sachen weg rennen die gehen dann irgendwann auf einfach mal level 2 aber ich weiß nicht warum ja ich weiß auch nicht warum ich weiß gar nicht wo wo steht das level noch mal anomalien bei den ich bei bahn schienen ja da oben diese kack oma ach die oma die oma ist so toll die oma wirst du lieben ein monster ich bringe was mit rettet mich mein psychischer zustand ist grenzwertig das kommt hinter mir ach deswegen ich bin ich bin erschrocken wo seid ihr musste den alkohol trinken geh weg stress oder ja ich will doch bitte weg und einen verrückter niemand da da ist die das die pseudonymer es ist weg es ist weg ich habe kräuter wo seid ihr in den rücken was wie er fliegt ich habe schon wieder einer auf dem sack gekriegt gehst du mal bitte weg wieso habe ich denn wo zur helle seid ihr denn moment ich mir atmet jemand in den nacken hallo kann ich blocken ah ja hier haben wir drauf ihr macht das sehr gut noch ein paar mal also gibt es hier friendly feier das ja doof niemand okay du hast lila haare ja ich habe die schönste frisur die es gibt sehe ich okay so ich denke wir sind nicht mehr alleine ist schon mal was was haben wir denn hier panik heilen oh ja kann ich ich trinke whisky kann man das als waffe nehmen so essen habe ich einen apfel und dosenfisch und non dosenfisch ich habe mir schon was zu essen gecraftet vorhin ach so mir fällt gerade ein ich hatte ein fähigkeitspunkt habt ihr auch was gekriegt ich use perks perks ansehen ach hier heilen essen okay wieso habe ich denn zehn fertigkeitspunkte zehn was hast du denn jetzt schon wieder gemacht ich weiß es nicht ich bin aus irgendeinem grund glaube ich irgendwie level c ich weiß es nicht naja wir haben versucht das spiel neu zu starten das ja so wo macht man das denn ach da du gehst oben auf das many kicker dann aber jetzt kann und dann schon gefunden naja tags ansehen ich möchte noch ein bisschen gewebe schade habe ich ja gut okay läufer ich finde läufer gut machen war ja ich drehe mir ich drehe mir erst mal hier johnny ok so ist meine rauchen hier haben wir stress reduzieren so benutzt mir geht's gut okay erst mal erst mal ein bauen okay ich nehme jetzt erst mal ein paar so ich habe gerade von der phoenix eine nachricht gekriegt auch wenn ich hier gerade ins let's play quatsch ist mir egal jetzt haben wir eine taschenlampe oder sowas ja hier oben so ich höre irgendwas will sie eine fertigkeit auch nicht gut wieso hast du eigentlich schon so eine coole waffe er hat anscheinend auch schon irgendwie irgendwann mal angefangen bin dann richtung leuchtturm gerannt und habe dann dann gebäude gefunden habe da waffen gefunden dann habe ich zugehört wollte ich damit alles gut ich habe eine bessere waffe ich will jetzt erst mal so ein paar sachen hier aus so und habe ich dafür war ich habe zweimal munition hier gibt es übrigens wasser wenn ich stehe immer noch hier wenn wir interessieren wie das blöde lichter lichtschalter gibt es so was das oh gott habe mich jetzt erschreckt weiß ich gucke hier rein da geht ihr auf einmal lichter wo seid ihr denn jetzt ich habe hier irgendwo einen briefkasten ein briefkasten ja damit schicken wir doch sachen irgendwo hin oder gibt es hier keinen lichtschalter erkennungsmarke hier liegt auf dem tisch bei euch hier auch eine erkennungsmarke also das ist glaube ich zumindest ein tisch ach ja liegt da liegt was ja dann in der war mit so weit leuchten die hatte ich in der hand noch ich habe eigentlich nichts an gegenständen mit dabei gehabt entschuldigung hast du mich wieder gehauen diesmal mich meine ich ja immer weitergehen oder so kannst woanders radio hören mit so dass hier das auch schlecht gut gehirn so moment der briefkasten ach nee wie können wir sachen mit abschicken okay also das ist die karte von granit schnie wir sind hier da wo das ding in der wand steckt so und wir müssen gesehen dass wir irgendwie auch jetzt schnell reisen können mit irgendwas ja mit diesen komischen kapseln ja ich hier nirgendwo sehe ich wart hier auf dem bus du wartest auf dem bus kapsel das war eine ist eine toilette haben wir alle das quest den leuchtturm hoffnung in sektor f8 finden sie so und da da wird mir er ist hier in 253 meter entfernung ja wie geil ihr läuft ihr läuft 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 wie heißt es richtig laufen tutet das hier sieht aus wie eine kapsel aber es ist keine kapsel das ist glaube ich einfach nur werbung das ist reklam i betzer ihr hebo müssen wir mal unsere fokanten fragen wenn ihr leuchtende pflanzen sieht oder überhaupt pflanzen dann guckt ob wir die einsammeln können diese kräuter zum beispiel wie macht man licht an t wie taschenlampe ach t wie taschenlampe ja f hatte ich nämlich auch schon ausprobieren ja hatte ich auch schon hier rennt was hier fliegt was wie kann man auch mal einen stein werfen wenn du einen aufsammelst kannst du vielleicht einen werfen mit maustaste gedrückt mit dem mausrad drücken ok da sollte man übrigens nicht drücken moment ich müsste ich möchte alle waren auf der insel wird eine destabilisierung von schallwellen erwartet ich habe mich bei der berechnung der parameter während eines experiments etwas vertan unbekannte quelle es ist mir gelungen die apparate abzuschalten die schallwellen sollten sich wieder normalisieren ich liebe wo kommen die die tauchten einfach auf ich habe einen schläger am arsch ich hoffe ich treffe nur die und euch nicht so ein drecksack der hat eine axt der knüppel hinweg los wenn hinterher der heilt sich ok ich rette den ich rette an grad ja du mit der besseren waffe ist bestimmt gut denkt dran rechts klick ist blocken ich bin jetzt auch tot hatte mich bitte erst dauern kann mich eine rechnitte ja so hat er denn der hat übrigens eine axt möchte jemand die axt haben ja ich will immer extra haben weißt du doch aber der ankert will die bestimmt auch ein werkzeugkasten wo nix drin ist aber wo sind die denn bitteschön her gekommen die sind eben einfach aus nichts aus aufgetaucht wird aufgeploppt waren sie da ich muss jetzt mal ganz kurz gucken was ich denn hier habe ich habe klebeband ich habe armatur schwere waffe kann man die nicht nicht ablegen kann man die nicht auf was anderes setzen wenn du ab wenn du ablegst dann moment 3 3 ok dann geht das schon mal in dein inventar aber dann musst du e drücken und dann so nee und dann anziehen und dann geht es auf den nächsten platz irgendwie kann man nicht auswählen wo es hin soll ich weiß nicht auseinander bauen wegwirfen ablegen anziehen ok anziehen ok wenn ihr blueprints findet dann benutzt die ne so ich habe hier so ein ich habe hier so ein fleischer hammer der ist auch nicht schlecht ich kann wasser machen sehr gut wasser ja also sauberes wasser ok spüren muss bauen was haben wir denn hier einfach mal ein einfaches mittagessen ich habe gerade gelernt wie man molotov cocktails macht die kann man aber hier anscheinend nicht die muss so glaube ich an der werkbank ich sollte mich vielleicht mal heilen möglicherweise wir sind gerettet die haben schnapp sehr gut wird die grundlage einer gewissen nichts mehr passieren alkohol werden die sachen immer noch schlecht jahre die verderben ja ich glaube die verderben aber man sieht nicht wirklich wie weit verdorben die sind oder das weiß ich leider nicht sie zumindest nicht so waren wir denn hier kräuter basis rucksack so anziehen siehst du bei wenn du auf die auf die figur dann auf status ok ich glaube ich sollte noch was nehmen zum heilen besser bisschen was trinken kräutertee essen geht langsam hoch muss ich mal abwarten so da hoch müssen wir was steht denn da auf den schildern leuchtturm hoffnung strahl 2 hoch oder unten lang oder oben lang mehr nicht was ich würde sagen wir gehen richtung leuchtturm hoffen da sollen wir ja genau da sollen wir auch hin hier machen wir ein bisschen sagen meine gesundheit aber es scheint hoch zu gehen wartet auf mich geht nicht ohne mich auch wird natürlich wir warten hier ich bin ich alleine so guck mal dass ihr zum beispiel ist eine heilpflanze glaube ich hier die damit macht man verbände guck mal das hier ist ein zu tischka im tier angegriffen blocken so einer ihrer gegenstände hat seine haltbarkeit verloren gut dann nehme ich halt die kräuter so moment einer meiner gegenstände hat seine haltbarkeit verloren das ist nicht schön ich weiß bloß nicht welche wahrscheinlich die oh ja das ding mit dem ich gerade die ganze zeit haue ihr holt euch wasser gut schon der bay kann man ja immer mal machen zwischendurch muss ich aufpassen dass es nicht zu voll wird gab das reich erstmal wiegt ja immer glaube ich 20 gramm oder sowas ja das kannst du an einem feuer dann sauber machen hier hoch ich weiß nicht ja wir müssen ich glaube wir müssen hier drunter durch und dann an der strecke einmal die straße rum find es immer wieder toll hier auf diese insel zurückzukehren also wir könnten eigentlich die erste folge schon beenden weil wir noch dass dem prolog davor schneiden ja die dauert wie der prolog dauert noch mal eine viertelstunde ja vielen dank fürs zuschauen bis er hier und den leuchtturm den sehen wir dann in der nächsten folge genau tschüss